Fahre nicht so dicht dran, Mann. Geht's noch auffälliger? Was denn? Ich fahre unauffällig. Ja, klar. Fünf Typen in Lederjacken und eine Dogge im Auto. Super unauffällig. Wir sind schon! Komm drauf! Gold! Chris ist wieder da. Hey, Chris, Mann! Willkommen zu Hause. Mann, hab ich euch absteigen vermisst, Mann. Ich liebe euch! Ist nicht fantastisch? Du schaffst das, mein Schatz. Sophie kann so viel erreichen. Das ist unsere Chance. Weißen wir ja eh in Paris. Es ist eine Riesenchance. Wirft die bitte nicht weg. Hey, ich bin übrigens Sophie. Hi. Ich bin... Jo. Weiß. Hey, was macht denn das Prinzessin hier? Und das ist echt dein erster Dünner? Krass. Du kannst doch nicht alles für so einen Jungen. Jo! Du bist ein Rox. Und sie kommt aus Beverly Hills. Du hast dich nicht in die verknallt. Ach, Quatsch. Du hast ein Rox? Der verarscht dich bloß. Ich schwör's dir. Was macht jemand wie du in dieser Gang? Nein! 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 Die Lichter der Stadt vertreiben die Sterne, weißt du? Also sind die Sterne, die wir sehen, die härtesten, wie Rox unter den Sternen. Ja. Nee! Ja. Hier. Ciao. Untertitelung des ZDF, 2020